Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen VR-Erfahrung bei VR World und wie heute spielen wir Danger Ball von VR World zocken wir heute das Spiel geht nicht ganz so lange aber ich habe mir gedacht ich nehme es trotzdem mal auf weil es doch eine interessante Erfahrung ist und es macht eigentlich auch recht gut Laune das Spiel ist ein schönes abwechslungsreiches kleine Spielchen und ja wir starten mal wenn euch das ganze gefällt wie immer lasst bitte einen Daumen da bewertet das Video und ja abonnieren ist immer noch kostenlos bei YouTube nicht vergessen so starten wir durch bestätigen los geht's Danger Ball von VR World spielen jawohl ok ok wir sind in einer riesen Arena auch hierfür brauchen wir den Joystick eigentlich nicht denn wir lenken wieder mit dem Kopf und wir müssen den Ball mit unserer Zielscheibe immer wieder zurückschießen und das ganze machen wir mit dem Kopf und wir versuchen natürlich möglichst den Ball dabei anzuschneiden damit der Gegner oh mit zwei das ist ja wohl mal richtig fies hier was ist das denn so haben wir aber nicht gewettet Freundchen mit zwei Wellen das ist ja wohl auch richtig fies oh 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 hab ich hier irgendwas falsch eingestellt auf super strong oder was ist hier los ja 2.0 viel schon was geht ab läuft bei mir bis jetzt die Computer zu gewinnen ist hier sowieso fast aussicht los 3.0 schon ich glaube ich bin im Wald 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 oh und zwei oh yeah 4.0 coole Musik im Hintergrund so muss das sein gute Laune Mucke yeah was ist das denn? 5-0 gewonnen hier ist ja wohl mal krass da wollen wir gleich noch eine Runde ranhängen Runde zwei ach passiert ja automatisch sehr schön Koloss ok jetzt wird's wahrscheinlich noch äh viel schwieriger mit 3 Bällen jetzt oder mit 4 oder was geht hier jetzt los ok wahrscheinlich wird der Zeit schneller werden ja baby läuft bei mir oh shit ok 1 für dich Bro ja ich wieder schön anschneiden ja shit weia ja oh das war oh er holt auf hier jetzt das ist gut ja ich dachte der Computer ist schön angeschnitten boah der war unhaltbar der war unhaltbar schön angeschnitten wieder ja mal ein richtiger schöner Ballwechsel hier gibt's da nicht ich muss hier noch einen Punkt holen jetzt wechselt ja auch dauernd noch die Farbe der blöde Ball boah geilo mag yeah baby einen Punkt holt wenigstens einen schon mal ok ok die Messer sind geschliffen hier sind gewetzt so nicht mein lieber so nicht mein lieber yeah wuh ich hole noch auf hier was für ein geiles Spiel macht voll Laune und man betätigt sich gleich noch sportlich ja so soll's sein oh der war schön fies angeschnitten 3-3 yeah 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 jetzt hier noch Dangerball Profi Einen Punkt brauche ich noch, dann habe ich ihn geschlagen. Schön fies angeschnitten. Noch schön aufgeholt. Die zweite Runde schon an mich hier. Was ist los? Was ist los? Tornado kommt jetzt. Okay, den probieren wir auch noch aus. Ich muss ja auch bald eine VR-Pause machen hier. Ich habe ja gehört, das längste VR-Spielen, da hat jemand 28 Stunden tatsächlich eine VR-Brille aufgehabt. 28 Stunden vorher spielen. Ich glaube, ich werde verrückt werden. Oh, was ist das denn? Oh, krass. Was ist das? Heavy mit Tornado. Krass. Powerspeed der Ball. Oh. Krass, oh man. Ist das fies. Oh, jetzt wird er, jetzt wird er das Wissen. Jetzt wird er das Wissen. Jetzt wird er das Wissen hier. Yeah. Ast rein. Das ist ja der Burner. Ist das geil. Oh, der, der, der kriegt dann so einen Windrall, der Ball. Und dann fliegt der natürlich komplett andere Laufbahn, als man sich vorstellt. Boah, ist das heftig. Alter Schwede, der war unhaltbar. Heftig. Was ist das für ein krasses Spiel. Danger Ball von We Are World. Hammer. Hammer. Ist das fies. Das gibt's halt, der kriegt jeden Ball jetzt. Boah. Ey, da habt ihr das gesehen. Ist ja unfassbar unfassbar hier. Was ist los? Das Spiel hat echt mit Action. Da muss man, kann man sich nicht beklagen. Das ist keine Mute laden hier. Krass. Ei, ei, ei. Das wird eine knappe Kiste dieses Mal. Tornado Ball gewinne ich hier nicht. Ah, der ist auch richtig. Boah. Ist das wie es wieder fliegt. Boah, ich will den auch mal so richtig schön anschneiden hier. Du dreckige Larata, du. Heftig. Ja, das Ding gewinnt er. Ja. Ich schneide die jetzt. Komm mal an, du. Na. Boah. Yeah. Wie ist noch zwei Punkte gemacht, ja? Boah. Hohoho. Den Kopf nach vorne. Den kann man da ein Tornado reinschmeißen. In die Geschichte. Hammer. Hammer Idee. Hammer. Boah. Alter Schwede geht das ab hier. Boah. Yeah. Was ist das denn? Noch aufgeholt. Der Dangerball-Experte hier. Boah. Oh, meine Augen brauchen jetzt erstmal eine Auszeit. Ah. Okay. Das war richtig geil. Das muss ich sagen. Also, das war eigentlich das einfachste Spiel von allen. Aber mit eines der besten von VR World. Ja, also, ich bin ausgenockt hier. Das ist richtig geil. VR World Dangerball. Ja, euer Transect ist völlig im Eimer. Ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst einen Dom da. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, abonnieren ist kostenlos. Bis dann. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.